so weiter geht es dann aus meiner Sicht wir haben kurz gewechselt und sind in Skype gegangen ich bin immer noch im TS-Grund jetzt zum Mieter auch nicht gehört Wupp Wupp gemütet Lina mit Möpschen und Jonas Sound in der Gruppe Uwe und so und Janus wird also jetzt aus meiner Sicht ich hab Slime Balls Modine hier hat ja neben geworfen und wie viele Pety gegenüber geht es normal und ich die meine meine garkeit ich ich dich hier rein okay hier geht es nicht eine Juli um die Dimpel wir uns nicht abzuschließen oppen hat ihn in dem Geld 바로 ein skelett Gelächter das sie die höhliche unerföd taktisch mir hat die gibt sachen doch mitnehmen das reicht schon und ich bin für dich wundervolle hülle mit ihm hätte ich nur immer wieder wir gehen da runter doch und legen uns eben nicht so will dazu tessisch abgeschmiert schließt es fertig wir gehen jetzt kommt doch hier runter ich habe einen zombi kopf ja dann habe ich da hingeschmissen komm runter dann können wir mal unser inventar sortieren der mal dem was oder gib mir erstmal alles was ich einsammeln kann du kannst bestimmt 13 kohle einsammeln gib mir einfach mal alles sagt er alles das kannst du nicht was kann ich nicht das kannst du bestimmt und da da 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 mehr kannst du schon gar nicht ich kann ich habe einen iron ingert da 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 ist Inventar okay ich habe ich habe jetzt sehr sehr viel Platz mit dem Inventar ne mal ich hätte ich habe 3 Dirtygern nicht schnell verbauen ich habe sehr viel Platz im Inventar mein halbes Inventar wieder leer das aber was die Pfeile mit habe dir ich bin nur wenn es geht wieder verkauft er hatte ich wollte schnell noch mal welche oder hast du ich hab ich mal ich hab ein Koffer von Thermal Expansion das ist doch nichts 1 was für eine Verschwendung ein Koffer von Thermal Expansion Thermal Expansion ich hab zwei Fisch in der Galactic Craft Copper Oars so so fackeln 2 Stacks hast du gemacht ja ich hatte bei mir noch ein Stack und dann ich bin da hinter dir das bin ich Creeper 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 oh sorry lauf warte was oh ok gut du laufst in die Richtung alles klar lauf nur in die Richtung hier ist Koffer hier ist Koffer egal ich hole Koffer ich hole Essen du holst Ors das ist ein Wort er hat jemand das ist einst mit seinem Bälle werft ich in Bedarf in den Spinnen ich habe eine Höhle ich komme zu dir das durchschnittlich zu schließen und Nein, Spinne! Du auch, Steve, Spinne! Das ist ein Zombie! Nein, das ist ein Zombie! Das will ich nicht! Das ist Spinne! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Juli! 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 Hm? Nicht so laut! Wo bist du überhaupt? Valentin da hinten! Toll! Ich bin Farmer! Hallo, Facebook! Halt die Schnauze! Er hat heutzutage schon noch ein Facebook, ey! Pff! Ja, wer macht denn sowas? Ich bin Instagram! Ich bin Insta-Hipster! Was machst du da jetzt? Komm endlich! Ich hab Essen! Mann, ich hab Essen! Ich aber nicht! Oh, so ist da eine schwebende Insel! Ich hab' den Kopf! Und nur einen Rangener Baum! Ich kann mir das zu dir! Was? Wo bist du überhaupt? Nehm' anhalten! Ah, zwei, die sind wieder aus! Wir sind da auch eine Höhle! Wo? Da hier bei mir! Hm-hm! Und wer da auf Rohstofftour? Hä, wo bist du denn? Was ist denn? Ja! Da runter! Aua! Ich hab' zumal fucken und geh schon mal ein bisschen weiter! Oh, Pedy, wie kann man das Kopf übersehen? Hm, ne... Ja, ich hab'ich sag' ich... Jetzt erstmal fucken und geh' weiter und verliidiert! Okay, jetzt legst's hier, legst's, B! Oh, ich hab'n Goldbrosanisch! Meins, 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 meins! Ich hab'n Goldbrosanisch! Aber fuck, warum legst es jetzt hier plötzlich? vorhin hast du vorhin hast nicht gelegt ich gehe nach rechts du bist ja nach links oh scheiße machen wir erst mal hier die würde ich nur sagen hier in der lobby oder wie man sollen im Moment aber letztes hier so keine Ahnung ist es wegen der Aufnahme nee das ist ja auch gelebt ja aber ich hatte das vorhin nicht bei mir leckt sie auch der ganze Server leckt Alter was ist jetzt hier mit los deswegen verreck ich hier ja gleich muss essen muss regenerieren ich nicht oh Gott oh Gott oh Gott oh wie viel hat's denn hast du noch vier äh ja da gerade eben drei alter what the fuck ja leckt noch mehr rum Zombie warte ich geh ich geh ich geh da kommt noch einer ey was ist denn das hier erzählt ich geh ich mach ohne Witz was ist hier los oh Gott jetzt noch weiter Juli Alter wie lange das braucht sie mal einsammeln hab wie gesagt und wann es leckt ey warum portst du mich sauernd runter pfff pfff Alter das baut alles zehnmal ab haha überhaupt nicht Gott hier ist überall Kohle wir haben es keinen Bock es abzubauen weil es ist eigentlich mal Silber oder oben sind selbst die Nitratus Server da überfordert oder was haha kann ja nicht sein die beste Hardware Schöne sagt jetzt nichts gegen Nitrador wenn ich da nur ein Kommentar ne hm ja ich hab ja ich hab ja ja wenn ich da nur ein Kommentar liest das Nitrador scheiße geklickt und dann geht ich ich booki euch pff instant block ach ich hab noch ein paar Rubios dann zähle ich dann kann ich euch gerne ein paar andere anbieter aufzählen die einiges schlechter sind also ich könnte kein aufzählen doch ich könnten zwei aufzählen ich sage nur dann tf und der erste server und Infineon die haben sich gebessert die haben die haben jetzt nur noch aus systeme mit ssds ruhe er muss man es und die hatten immer das problem mit dem festblassen dass die nicht in der kommen weil ich habe dann ist er wird gekriegt mit nur Prozent des Zieler weg garantieren und dessen nämlich selber auf den denn was ist er mit ssds und da muss ich echt sagen dass ich dann wirklich gut da habe ich dann weder beschwerten könnten sonst vor allem weil die einfach mal ein server zweieinhalb Monate überzogen haben noch gellett wo ach da hinter mir gleich weil die das ja alles noch von hand machen ja und ich habe noch mal zweieinhalb Monate länger den server so ich hatte ich ich wollte gerade niesen wie so ein Teil war aber doch nix